Wo treffen Sie sie? In einem sicheren Konferenzraum hinter der Empfangshalle. Ihre Männer in London haben ihn bereits durchsucht. Egal. Ich will den Raum selbst sehen. Und Agent Jensen soll sich mit Tavos Security absprechen, während der Rest meines Teams das Gebäude erneut durchsucht. Diskret, versteht sich. Der Leiter unserer Tavos Abteilung heißt Liam Slater. Er wartet in der Sicherheitszentrale auf Ihren Mann. Gehen Sie zu ihm, Agent. Und halten Sie McCready und mich auf dem Laufenden. Mr. Brown, zeigen Sie mir den Konferenzraum. Ich könnte wieder kotzen. Ganz ruhig. Jetzt machen wir erstmal zack, zack hier lang. Meine Fremse. Ich könnte wieder echt kotzen. Ich will es ganz anders durchspielen, aber es ist weder Zeit dafür heute und noch habe ich die Geduld. Brown empfängt hier heute Abend Mitglieder des Sicherheitsrats. Sympathisanten der Opti-Rechte. Sie verstehen, dass Sie um jeden Kreis geschützt werden müssen. Janus? Haben Sie mich abgehört? Entschuldigung, aber die Lage schien es zu erfordern. Falls ich heute Ihren Rat brauche, frage ich Sie. Die Illuminaten haben schon einmal versucht, die menschliche Evolution zu steuern. Und jetzt wollen einige von ihnen ihresgleichen offenbar vollständig auslöschen. Wir müssen sie aufhalten. Brown und die Leute, die er heute trifft, könnten die einzigen sein, die dazu in der Lage sind. Adam. Janus hat recht. Abwarten. Gehen Sie weg. Der Zugang zu diesem Teil des Gebäudes ist gesperrt. Nur für Sicherheitspersonal. Chief Slater erwartet mich. Chief, äh, ah, genau. Er ist, äh, im Moment nicht da. Dringende Sache. Korrupt, 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 korrupt. Wegen dieser dringenden Sache bin ich hier. Tut mir leid. Für wen arbeiten Sie nochmal? Ich habe einen Termin mit Liam Stevens. Chief Liam Stevens. Und ich habe nicht viel Zeit. Funken Sie ihn bitte an. Ich tue noch mehr. Sie warten hier und ich sage Stevens persönlich, dass Sie ihn sprechen wollen. Okay? Miller, McReady? Tavos lässt mich nicht rein. Ich habe mit einer Wache gesprochen. Hier stimmt was nicht. McReady, hat Tavos Sie schon kontaktiert? Negativ. Was merkwürdig ist. Mist. Wenn das Gebäude schon kompromittiert wurde. Egal. Wir machen weiter wie geplant. Jensen? Gehen Sie in Slaters Büro und finden Sie raus, was los ist. Verstanden. Mark, schicken Sie umgehend ein Team zur Unterstützung. Sind schon unterwegs. Gebiet gesichert. Gebiet gesichert. Gebiet gesichert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich kann nur so, dass ich da ne Schufe lege, ja. Ja, was bringt's? Was bringt's einfach? Was bringt's? Oh Mann, ey. Toll, noch mal alles neu. Ja. Schiefe. Wissen Sie was? Klar, ich sag... Miller, MacReady? Tavos lässt mich nicht rein. Ich hab mit einer Wache gesprochen. Hier stimmt was nicht. MacReady, hat Tavos Sie schon kontaktiert? Negativ. Was merkwürdig ist... Mist. Wenn das Gebäude schon kompromittiert wurde... Egal. Wir machen weiter wie geplant. Jensen, gehen Sie in Slaters Büro und finden Sie raus, was los ist. Verstanden. Mac, schicken Sie umgehend ein Team zur Unterstützung. Sind schon unterwegs. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Oh ja, gut. Ja, nicht. Mach's halt. Ich hab glaube ich noch ein Multitool. Mach's mit einem Multitool. Irgendwie muss ich da auf jeden Fall rein. Ich versichere Ihnen. Wir haben alles unter Kontrolle, Sir. Was passiert, wenn ich eingreife? Sie täuschen niemanden. Sie sollten jetzt ganz langsam zurücktreten und mir ihre Hände zeigen. Du hättest nach deinem Tod in der Schweiz tot bleiben sollen, Interpol. Wir haben einen Eindringling. Erledigt ihn! Normalisiert. Weitermachen. Miller, MacReady. Machenkos Männer haben die Sicherheitszentrale. Steh unter Beschuss. Scheiße. Okay, Männer. Damit hatten wir gerechnet. Mac, wie weit noch zur Sicherheitszentrale? Wir treten das Trip. Scheiße. Türen dicht. Sicherheitsabriegelung. Ich kann nur zurück. Jensen. In Slaters Büro müsste es einen Überbrückungsschalter geben. Entriegeln Sie mit ihm die Türen und bringen Sie Mac und sein Team wieder ins Spiel. Sicherheitsabriegelung. Bestätigt. Position ist okay. Suche aktiv. Das ist das. Da 그래 ich jetzt. Dieника der An Ο Carry Cat. Wie governa Parker geht dagegen. A des Anomaliges kürstoßes. Der Stadtrando. Superlärd. Du bist nicht nur gedacht. Man hat vier dazu gegeben. Ich Flexibil elasticENE. Anomaliges bezuglos. Gewalt. Man hat пять gehört. Vector sicher. Vector immer noch negativ. Neuer Befehl, Standardsuche. So weit haben wir es schon mal geschafft. So weit haben wir es schon mal geschafft. Vielen Dank.